Top 3 beste Online-Broker für Studenten. In diesem Video möchte ich dir gerne meine drei Favoriten vorstellen, warum sie gut geeignet sind für Studenten, weil sie besonders günstig sind, weil sie sehr, sehr einfach zu handhaben sind und sie bieten eine breite Produktpalette an, sodass du nicht nur einen ETF-Sparplan, sondern auch Einzelaktien und auch andere Wertpapiere gut ordern kannst. Wie immer findest du die aktuellsten Neukundenaktionen der jeweiligen Broker unten in der Infobox und bevor wir loslegen, schreibe mir gerne mal in die Kommentare, welchen Broker du gerade verwendest bzw. wie du die einzelnen Broker hier vorgestellt findest, welche Vor- und Nachteile siehst du bei den einzelnen Brokern. Dementsprechend auch als deinen Anreiz verlose ich regelmäßig unter den aktivsten Zuschauern einen 50-Euro-Amazon-Gutschein. Deine Meinung würde mich also sehr interessieren und wir fangen an mit dem Platz Nummer 3 und das ist die Consors Bank. Die Consors Bank ist deswegen für Studenten sehr, sehr gut geeignet, weil wir hier mit nur 3,95 Euro starten können. Das heißt, es gibt hier immer wieder auch interessante Prämien und gerade auch in der Anfangsphase lohnt es sich hier, ein Depot zu eröffnen, gerade auch, weil wir 20 Euro Prämie bekommen für unseren ersten Wertpapiersparplan. Das heißt, wenn du eh überlegst, langfristig in einen ETF-Sparplan zu investieren oder aber auch einen Aktiensparplan ins Leben rufen möchtest, dann hast du hier die Möglichkeit, von diesem 20 Euro Prämie zu profitieren. Im Endeffekt musst du dann nur mindestens 25 Euro monatlich für zwölf Monate lang in diesen Sparplan investieren und bekommst 20 Euro Prämie. Gleichzeitig haben wir die angekündigten 3,95 Euro pro Order. Auch das finde ich im Vergleich zu anderen Online-Brokern schon mal sehr, sehr stark. Das Ganze gilt allerdings nur für die ersten Monate. Danach haben wir dann wieder die normale Kondition, die etwas teurer ist, nämlich bei 4,95 Euro. Und dann kommen hier, je nachdem, ob du die Star-Partner sozusagen kaufst oder normale Partner, dann auch nochmal 0,25 Prozent vom Kaufvolumen hinzu. Oder aber hier, wenn du dich für die Star-Partner entscheidest, und das sind auch sehr, sehr viele, beispielsweise hier, um ein paar zu nennen bei den ETFs oder aber auch bei anderen Produkten, da zahlst du dann 0 Euro pro Kauforder zusätzlich. Das Ganze ist deswegen auch sehr interessant, weil es ein Allrounder ist. Das heißt, du hast nicht nur deine Consors-Depot-Möglichkeit, sondern du kannst natürlich die Consors-Bank auch als kostenlose Girokonto-Variante hier verwenden. Noch gibt es keine Negativzinsen und auch keine Kontoführungsgebühren. Auch wenn du unter einem gewissen Betrag bist, der liegt momentan bei 250.000 Euro, solltest du da keine Bedenken haben. Was mir besonders gut gefällt hier, und deswegen hat es die Consors-Bank auch in diese Top-Liste geschafft, sind die Sparpläne, weil hier haben wir nicht nur die Möglichkeit, schon ab 25 Euro das Ganze zu besparen, sondern wir können sogar auch hier sogar Aktien besparen. Und das ist meiner Meinung nach ein großer Vorteil, den ich bei vielen Online-Brokern in dem Sinne oder in dem Ausmaße, wie ich es hier machen kann, nicht habe. Weil hier haben wir über 400 einzelne Aktien von deutschen und internationalen Unternehmen. Wir können mit einer sehr geringen Sparplangebühr von nur 51, beziehungsweise hier 1,50 Euro bei 100 Euro Sparrate hier das Ganze besparen. Und natürlich haben wir die maximale Flexibilität, was ja als Student auch sehr wichtig ist, dass man das Ganze mal pausieren kann, die Beiträge ohne Probleme anpassen kann oder sogar komplett hier wieder liquidieren kann. Und was ich noch sehr, sehr schön finde und das ist auch wieder ein Pluspunkt, gerade auch als Student, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzen will, gibt es hier einen wundervollen Blog und natürlich auch sehr, sehr viele zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten. Und natürlich muss man einfach sagen, die Consors-Bank ist nicht nur vom Depot her sehr, sehr stark, sondern auch vom Girokonto. Deswegen hier auf dem Platz Nummer 3 die Consors-Bank und da auch nochmal die aktuellste Neukundenaktion unten in der Infobox. Wenn es darum geht, noch einen guten Online-Broker für Studenten auszusprechen, dann darf natürlich einer nicht fehlen, nämlich der Smart-Broker. Der Smart-Broker hat es geschafft, mit nur 4 Euro pro Order verdammt günstig zu sein und damit kann es natürlich auch die Consors-Bank abhängen, jedenfalls langfristig gesehen, weil du bei der Consors-Bank ja auch eine Minimum-Ordergebühr hast, nämlich von 9,90 Euro. Das ist natürlich knapp, wenn du also hier in diesem Zeithorizont die Aktion schon längst überschritten hast, dann zahlst du hier auch nochmal eine Minimum-Gebühr und da kann natürlich der Smart-Broker hier glänzen mit 4 Euro pro Order. Egal was du kaufst, kannst du hier über 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen und kannst aber auch Aktien, Anleihenfonds, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine traden und das ist natürlich dann auch wieder für Daytrader unter euch, aber auch für Buy-and-Holder sehr interessant. Was muss man allerdings wissen, es gibt hier keine Depotgebühren und wir haben hier alle deutschen Handelsplätze, also gerade auch hier von den Spreads, also der Unterschied zwischen An- und Verkauf ist hier sehr, sehr günstig. Auch das muss man wirklich als laufenden Kostenposten hiermit berücksichtigen. Allerdings gibt es bei Smart-Broker Negativzinsen, keine Sorge, die kannst du relativ einfach umgehen, nämlich immer wenn du über 15% Cashquote hältst, dann fallen minus 0,5% sozusagen an. Das wird quartalsmäßig durchschnittsweise berechnet. Du kannst dir das im Endeffekt so vorstellen mit einem Beispiel. Du hast 100.000 Euro Depotvolumen als Student hier bei Smart-Broker. Davon hast du 20.000 Euro beispielsweise auf dem Verrechnungskonto und 80.000 Euro im Depot. Dann würdest du, weil ja über 15% Cashquote gehalten wird durchschnittlich, auf 5.000 Euro minus 0,5% Negativzinsen zahlen. Deswegen ist auch hier nicht ein klarer Gewinner, sage ich mal, deutlich, weil bei der Consors Bank haben wir diese Negativzinsen nicht. Das heißt gerade auch, wenn du sagst, okay, du willst ja auch mal ein bisschen Cash halten oder ein bisschen Liquidität halten, wenn die Märkte beispielsweise wieder runtergehen, dass du dann günstiger einsteigen kannst, dann ist natürlich hier der Vorteil bei der Consors Bank. Dementsprechend aber der Smart-Broker als Allrounder und vor allen Dingen als einer der besten ETF-Sparplananbieter mit einer meiner ersten Wahlmöglichkeiten als Student. Gerade auch, wenn man überlegt, wir können hier ab 25 Euro über 295 ETFs kostenfrei besparen und auch im Vergleich zu anderen Online-Brokern ist 0,2% je Ausführung verdammt günstig. Das heißt, hier kann natürlich auch wieder die Consors Bank nicht mithalten, gerade wenn diese Top-ETFs eben zeitlich nur begrenzt sind beziehungsweise man regulär, sage ich mal, diese ETFs bezahlen muss. Dann sind wir hier auch wieder bei 1,5%, ähnlich wie bei den Aktien. Und hier zahlen wir lediglich 0,2%, mindestens allerdings 80 Cent. Aber auch hier im Vergleich von den Kosten her, wenn es dir rein um ETF-Sparpläne geht, ist für mich Smart-Broker der klare Sieger in diesem kleinen Vergleich. Und wir kommen zu dem dritten Platz. Wer ist der beste Online-Broker meiner Meinung nach für Studenten? Gerade auch, weil diese ja immer auch keine Probleme damit haben, beispielsweise auf dem Smartphone das Ganze abzuwickeln und natürlich besonders günstig traden möchten, das ist, wie sollte es anders sein, Trade Republic. Es ist mit bei fast jeder Top-Liste hier auf dem Kanal mit dabei, sei es bei den günstigsten Brokern, sei es bei den vielseitigsten Brokern oder auch bei den App-Brokern den besten. Und das ist auch gleichzeitig der größte Vorteil. Das ist Deutschlands erster mobiler und provisionsfreier Broker, der es dir anbietet, über 300 ETFs dauerhaft kostenfrei zu besparen und du kannst dir Aktien, ETFs und Derivate ohne Order-Provision für eine Fremdkostenpauschale von nur einem Euro kaufen. Und das ist natürlich unschlagbar. Da kann selbst der Smart-Broker, der ja auch mein persönlicher Favorit beziehungsweise mein Depot ist, kann da einfach nicht mithalten mit 4 Euro Order-Pauschale, weil wir hier wirklich, egal was wir kaufen, immer nur einen Euro bezahlen. Dementsprechend muss man hier allerdings wissen, wir haben auch relativ wenig externe Partner. Das ist aber auch der Vorteil wieder auf Trade Republic, dass wir hier wirklich den Fokus haben, dass wir nicht irgendwie 1000 Marktplätze haben, die wir uns auswählen. Und dadurch kann natürlich Trade Republic auch diese 1 Euro Fremdkostenpauschale hier für diesen Moment garantieren. Was mir besonders auch gut gefällt und deswegen ist Trade Republic hier auf dem Platz Nummer 1 gelandet. Wir haben im Gegensatz zu Smart-Broker keine Negativzinsen und keine Depotgebühren. Das heißt, wir können diese Aktien hier, und das sind relativ viele, gerade auch für Daytrader sind mit 40.000 Optionsscheinen hier sehr, sehr viele Wege möglich. Und auch guten Handelszeiten können wir hier sehr, sehr günstig traden. Man muss auch sagen, bei all diesen Brokern ist die Depoteröffnung innerhalb von wenigen Minuten erledigt. Gerade auch bei Trade Republic. Die App sich runterzuladen und sich dort dann anzumelden, beziehungsweise die E-Mail und die Telefonnummer zu bestätigen, das geht relativ fix. Und auch beim Smart-Broker kannst du dich innerhalb von einer Viertelstunde anmelden. Das sind also hier die großen Vorteile auch nochmal zum Ende. Dementsprechend mein Gesamtfazit, wenn du günstig traden möchtest, wenn du eine gewisse Vielfalt haben willst und Fonds beispielsweise nicht kaufen möchtest, weil die gibt es bei Trade Republic nicht, dann ist das hier mein Platz Nummer 1 für dich. Wenn du sagst, okay, du willst ETFs dauerhaft besparen, ist Trade Republic auch im Vergleich zu den anderen mein Favorit. Wenn du allerdings sagst, du brauchst so einen Allrounder, der wirklich noch ein bisschen mehr zu bieten hat, also vielleicht noch mehr Produkte, mehr Handelsplätze, also auch da eher wirklich auch nochmal auf die Kostenseite fixiert bist, gerade auch was die Spreads beispielsweise angeht, dann ist Smart-Broker meine Favoriten Nummer 1. und wenn du sagst, okay, du willst erstmal diese Prämie mitnehmen und das ist natürlich auch ein intelligenter Schachzug, du meldest dich zuerst bei der Consorzbank an, kannst dir erstmal Erfahrungen sammeln mit Aktiensparplänen oder mit ETF-Sparplänen, nimmst hier die 20 Euro Prämie mit. Es gibt sogar auch hier noch für besonders Junge, also gerade auch Studenten fallen da sehr, sehr stark drunter, gibt es auch noch eine Rabattaktion sozusagen, dass du in den ersten 24 Monaten für jeden Monat sozusagen Free Trade bekommst. Auch das findest du unten, wenn du auf den Link von der Consorzbank drückst. Diese Links werden immer auch aktualisiert, sodass du immer das beste Angebot mitnehmen kannst und dann kannst du natürlich hier erstmal diese Prämie mitnehmen und einen Depotübertrag auf Smart-Broker oder Trade Republic oder natürlich auch andersrum ist jederzeit ohne Probleme möglich und dementsprechend waren das hier die Top 3 besten Online-Broker für Studenten. www.vr.esyk-urko-prok.at 5-7-4-4-5-4-5-4-5-5-5-5-6-5-5-6-6-7-4-6-6-6-6-6-6-6-7-6-7-6-6-6-6-6-7-6-7-6-7-6-6-7-7-7-6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7. Vielen Dank.